In der Scheune, im Güterwagen, auf der Brücke, im Bunker, auf dem Steg, in der Kirche, in diesem zerstörten Gebäude, auf dem Weg, auf der Straße, im Graben, in der Fabrik, im Bauernhaus, in dem Haus da, auf der Kreuzung, auf der Kreuzung, in der Moschee, auf der Straße, auf der Straße, auf dem Bahnsteig, im Schutt, in dem Silo da oben, in der Bahn, im Bahnhof, auf den Bahnschienen, in den Gräben, hinten auf dem Laster, von Osten aus. Sie kommen von Osten! Sie nähern sich von Osten! Sie nähern sich von der Front! Sie kommen von der Front! Sie nähern sich von links! Sie kommen von links! Sie rücken von links vor! Sie kommen von Norden! Sie nähern sich von Norden! Sie rücken von hinten vor! Sie kommen von hinten! Sie rücken von rechts vor! Sie kommen von rechts! Sie nähern sich von rechts! Sie kommen von Süden! Vorsicht aus dem Süden! Sie nähern sich von Süden! Sie rücken aus dem Westen vor! Sie kommen von Westen! Sie nähern sich aus dem Westen! Sie kommen aus dem Westen! im Osten, östlich von uns, östlich von uns. Da vorne, geradeaus, auf unserer linken Flanke, zu unserer linken, linker Seite, im Norden. Nördlich von uns, nördlich von uns, im Nordosten, im Nordosten, nordöstlich von uns. Im Nordwesten, im Nordwesten, nordwestlich von uns. Hinter uns, im Süden, südlich von uns, südlich von uns. Im Südosten, im Südosten, südöstlich von uns. Im Südwesten, im Südwesten, südwestlich von uns, im Westen, im Westen, westlich von uns, links, auf der linken Seite, rechts, auf der rechten Seite, rechte Seite, äh, 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 hey du Idiot, fang das hier, eine Granate, komm sofort, Achtung Granate, Achtung, werf eine Granate, hier ein Geschenk von der deutschen Armee, hier hast du eine Granate, Kommunistenschwein, lauf lieber weg, du sowjetischer Bastard, hey Russe, ich hab ein Geschenk für dich, steck dir das an die Mütze, das wird die Kommunisten aufwärmen, Hier habt ihr eine Granate, Tommys, lauf lieber davon, Tommy, fröhliche Weihnachten, du englischer Bastard, hab gehört, die Engländer lieben unsere Granaten, wie schmeckt dir das zu deinem Tee, hier hast du eine Granate, Amerikaner, fang lieber an zu rennen, amerikanischer Bastard, Feinkontakt, Angriff, sie haben uns entdeckt, sie zingeln uns ein, das ist Artillerie, runter, Artillerie, Entdeckung, Handgranate, raus da, Vorsicht, Granate, feindliche Granate, eine Granate, weg hier, Granatenangriff, Entdeckung, Granate, macht schnell, Achtung, russische Granate, eine sowjetische Granate, Entdeckung, eine Milz, lauf, britische Granate, Beheilung, englische Handgranate, weg da, weg von der britischen Granate, amerikanische Handgranate, Maschinegewehr, unterbleiben, Maschinegewehr, Entdeckung, Mörser, feindliche Mörser, Mörserangriff, Mörser, Entdeckung, eine Rauchgranate, eine Rauchgranate, 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 sowjetische Rauchgranate, die Russen setzen Rauchgranate ein, die Russen setzen Rauchgranate ein, britische Rauchgranate, britische Rauchgranate, die Tommys setzen Rauchgranate ein, die Tommys setzen Rauchgranate ein, amerikanische Rauchgranate, amerikanische Rauchgranate, feindliches Fahrzeug zerstört, was für ein Schuss, es soll brennen, hab einen, Bedrohung eliminiert, sterbt ihr Bastarde, Feind am Boden! Ich hab einen! Ich hab einen! Hab ihn! Hab einen! Hab ihn erledigt! Das war zu einfach! Wieder ein Russe-Weliger, um den man sich sorgen muss! Besser du als ich, du kommunistische Marionette! Du kannst deinem Land in der Hölle dienen! Der war gar nicht so schwer zu töten! Ein Tommy-Weliger, um den man sich sorgen muss! Die Briten scheinen ihren Soldaten nichts von Entdeckung gegen gesagt zu haben! Noch ein toter britischer Soldat! Besser du als ich, Engländer! Ein Ami-Weliger, über den wir uns den Kopf zerbrechen müssen! Besser du als ich, Ami! Ha! Der Amerikaner hat wohl nicht gewusst, wie man in Deckung geht! Gut so, Ami! Falle um! Schnell! Deckung geben! Ich muss nachladen! Brauch euch Deckung beim Nachladen! Braucht Deckung! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Verdammt! Leer geschossen! Lade nach! Hey, meine Waffe ist leer! Lade nach! Ich stehe unter schwerem Beschuss! Sie haben uns festgenagelt! Schwerer Beschuss! Unter Beschuss! Hinter der Flak! Auf der anderen Seite der Flak! Hinter dem Panzerabwehrgeschütz! Direkt hinter dem Geschütz da! Hinter den Fessern da! Auf der anderen Seite der Fessler da! Auf der anderen Seite des Güterwagens! Hinter dem Güterwagen! Hinter dem britischen Truppentransporter! Auf der anderen Seite des britischen Infanteriefahrzeugs! Auf der anderen Seite der Brücke! Jenseits der Brücke! Am anderen Ende der Brücke! Auf der anderen Seite der kaputten Mauer! Jenseits der kaputten Mauer! Hinter der kaputten Mauer! Hinter den Büschen da! Direkt hinter den Büschen! Direkt hinter dem Auto da! Auf der anderen Seite des Autos da! Hinter dem Auto da! ihr den flugzeug fragt aber auf der anderen seite des flugzeugfrags hinter dem flugzeug, hinter diesem, er Questo auf der anderen seite der kisten hinter diesem ículo hr Stapel da, hinter dem Tieflader, auf der anderen Seite des Tiefladers, hinter dem Brunnen, auf der anderen Seite des Tors, direkt hinter dem Tor, auf der anderen Seite des Kanals, jenseits des Kanals, am anderen Ende des Kanals, hinter dem Halbkettenfahrzeug, auf der anderen Seite des Halbkettenfahrzeugs, auf der anderen Seite des Wagens, auf der anderen Seite des Heuwagens, hinter dem Heuwagen, genau hinter dem Wagen, hinter dem Heuhaufen, auf der anderen Seite des Heuhaufens, auf der anderen Seite der Kreuzung, jenseits der Kreuzung, hinter der Kreuzung, auf der anderen Seite der Straße, jenseits der Straße, jenseits des Bahnsteigs, auf der anderen Seite des Bahnsteigs, hinter dem Felshaufen da, direkt hinter dem Felshaufen da, hinter diesen Felsen, hinter den Sandsäcken, auf der anderen Seite der Sandsäcke, hinter der Statue, hinter dem Denkmal, auf der anderen Seite der Bahn, hinter der Bahn, hinter dem Bahnwagen, genau hinter dem Panzer da, auf der anderen Seite des Panzers da, hinter den Reifen da, auf der anderen Seite der Reifen, direkt hinter dem auf der anderen Seite des Traktors hinter dem Zug In den Bäumen da . Hinte dem Lkw Hinte der Flachenmauer Hinte dem Holzstapel da . Jenseits des Holzstapels, am anderen Ende des Holzstapels, da drüben, in der Nähe des Panzerabwehrgeschütz, beim Panzerabwehrgeschütz, in der Nähe der Scheune, da drüben, bei der Scheune, da drüben, bei diesen Fässern, neben diesen Fässern, bei den Fässern, da drüben, in der Nähe der Fässer, da drüben, beim Güterwagen, bei dem Güterwagen, da drüben, da drüben, bei dem britischen Truppentransporter, in der Nähe des britischen Infanteriefahrzeugs, da drüben, bei der Brücke, da drüben, bei der kaputten Mauer, bei der kaputten Mauer, In der Nähe der kaputten Mauer, bei der zerstörten Mauer, in der Nähe des Bunkers, bei dem Bunker da, in der Nähe des Autos da, da drüben bei diesem Auto, neben dem Auto, da drüben bei der Kirche, in der Nähe der Kirche, bei der Kirche, neben diesem Flugzeugfrock, da drüben bei dem abgestürzten Flugzeug, in der Nähe des Flugzeugs, da drüben bei den Kisten, in der Nähe dieser Kisten, bei den Vorratskisten, neben den Kisten, in der Nähe des Wegs, da drüben bei dem Weg, neben dem Weg, in der Nähe der Straße, Wasser, da drüben bei dem Graben, bei dem Graben, bei der Böschung, in der Nähe der Böschung, da drüben bei der Fabrik, in der Nähe der Fabrik, da drüben bei dem Feld, in der Nähe des Feldes, bei dem Holzstapel, in der Nähe des Holzstapels, beim Tieflader, in der Nähe des Tiefladers, beim Brunnen, in der Nähe des Brunnens, beim Tor, in der Nähe des Tors, da drüben beim Kanal, in der Nähe des Kanals, bei dem Kanal, beim Halbkettenfahrzeug, da drüben bei dem Halbkettenfahrzeug, neben dem Halbkettenfahrzeug, da drüben bei dem Wagen, neben diesem Wagen, bei dem Heuwagen, neben dem Heuaufen, beim Heuaufen, da drüben bei dem Haus, bei dem Haus da drüben, da drüben bei der Kreuzung, in der Nähe der Kreuzung, bei dem Kübelwagen, neben dem Kübelwagen, beim Laternenmast, in der Nähe des Laternenmastes, in der Nähe der Moschee, da drüben bei der Moschee, bei der Straße, neben der Straße, Bei der Straße, bei der Straße, beim Bahnsteig da drüben, in der Nähe des Bahnsteigs, bei den Felsen da drüben, bei dem Felshaufen da, bei den Felsen, in der Nähe der Felsen, da drüben bei dem Schutt, bei dem Schutt da, in der Nähe des Schutts, da drüben bei den Sandsäcken, neben den Sandsäcken, in der Nähe der Sandsäcke, bei den Sandsäcken da, bei dem Silo, in der Nähe des Silos, da drüben bei dem Denkmal, in der Nähe der Statue, bei der großen Statue da, da drüben bei dem Panzer. Da, neben dem Panzer da, in der Nähe des Telefonmasts, beim Telefonmast, beim Reifenstapel, da drüben bei den Reifen, in der Nähe der Ersatzreifen, beim Traktor, in der Nähe des Traktors, in der Nähe des Zugs, bei dem Zug da, bei den Bahnschienen, in der Nähe der Bahnschienen, bei den Bäumen da, da drüben bei den Bäumen, neben diesen Bäumen, da drüben bei dem Graben, beim Graben, in der Nähe des Grabens, direkt beim Graben, direkt bei diesem LKW, da drüben bei dem LKW, in der Nähe des LKWs, in der Nähe dieser flachen Mauer, neben dieser flachen Mauer, da drüben, bei dem Holzstapel da, in der Nähe des Holzstapels, beim Holzstapel, im Keller, im Keller, Kellerfenster, am Kellerfenster, Tür im Erdgeschoss, 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 Erdgeschoss bei der Tür, die Tür im Erdgeschoss, 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 im Erdgeschoss, Fenster im Erdgeschoss, Fenster im Erdgeschoss, Erdgeschossfenster, 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 Erdgeschoss, das Fenster, oben auf dem Dach, auf dem Dach, das Dach, Balkon, da, erster Stock, Balkon im ersten Stock, Balkon, erster Stock, Tür im ersten 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 Stock, erster Stock, in der Tür, erster Stock, in der Tür, Tür im ersten Stock, die Tür, erster Stock, an der Tür im ersten Stock, erster Stock, oben im ersten Stock, oben im ersten Stock, Oben im ersten Stock, Fenster im ersten Stock, Fenster im ersten Stock, das Fenster im ersten Stock, am 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 Fenster, erster Stock am Fenster, Fenster, erster Stock, Fenster, erster Stock, zweiter Stock, der Balkon, Balkon, zweiter Stock, Balkon im zweiten Stock, zweiter Stock, oben im zweiten Stock, Fenster im zweiten Stock, Fenster im zweiten Stock, das Fenster, zweiter Stock, zweiter Stock, im Fenster, Balkon im obersten Stock, Balkon oberste Stock, oberste Stock, oben im obersten Stock, Fenster im obersten Stock, Fenster, oberste Stock, oberste Stock, das Fenster, Adler, Albrecht, Bader, Bader, Bauer, Bauer, Baumann, Bäcker, Bergmann, Bayer, Brandt, Brauer, Braun, Römmel, Brückner, Färber, Hitler, Fischer, Fleischer, Gärtner, Grönemeyer, Groß, Kahn, Kahn, Hoffmann, Hohmann, Huber, Jäger, Kahn, Kahn, Kaltenbach, Kaufmann, Kessler, Koch, Köhler, König, Krämer, Krieger, Krüger, Kümmel, Kunze, Kunze, Lange, Lehmann, Meier, 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 Müller, Neuberger, Neuberger, Neumann, Neumann, Pfeffer, Pfeffer, Pfeiffer, Reichmann, Reichmann, Reimann, Reimann, Reiniger, Reiter, Richter, Sauer, Schäfer, Schäfer, Schlüter, Schlüter, Schmidt, Schmidt, Schneider, Schneider, Schrader, Schrader, Schreiber, Schröder, Schröder, Schumann, Schulz, Schulz, Schumann, Schumann, Schwarz, Schwarz, Steinhauer, Vogel, Wagner, Weber, Wolf, Zimmermann, Feuer öffnen, Nagel sie fest, Weiter feuern, Männer! Feuert schön weiter, Kumpel! Zeigt sie ihnen! Ihre Köpfe sollen rollen! Wir müssen sie unten halten! Weiter feuern! Privat die Feuerhoheit! Gut so, Männer! Feuert weiter! Jagd sie in die Flucht, Kollegen! Wir müssen den Druck beibehalten! Gut so! Immer schön festnageln! Macht die kommunistischen Soldaten fertig! Die Russen sollen sich unserem Sperrfeuer ergeben! Löscht die sowjetischen Tiere aus! Weiter feuern! Schweres Sperrfeuer auf die russische Linie! Los, jetzt! Wir müssen sie mit unserer Feuerkraft schockieren! Gebt den Briten alles, was ihr habt! Macht Kleinhauls aus der englischen Infanterie! Waffe feuern! Verdammt! Braucht Deckung! Werfen sie eine Granate da rein! Benutzt die Granaten! Los, eine Granate da rein! Werfen sie ihre Granate! Los! Eine Granate werfen! Schmeißen sie eine Granate! Granate! Los! Rauch! Ich will da draußen raussehen! Wirf eine Rauchgranate! Benutzt eine Rauchgranate! Setzt eine Rauchgranate ein! Sperrfeuer! Gebt Sperrfeuermänner! Legen wir sie unter starkem Beschuss! Wir schießen diese Ziele! Feuerschutz! Wir brauchen Sperrfeuer! Auf die sowjetischen Bastarde feuern! Sperrfeuer gegen diese kommunistischen Stellungen! Die britischen Positionen mit Sperrfeuer belegen! Immer auf die amerikanischen Truppen feuern! Legt die Amis unter schwerem Beschuss! Macht sie nieder! Das Fahrzeug muss zerstört werden! Wir müssen sie aufhalten! Los doch! Wir müssen sie ausschalten! Nallt sie ab! Feuer eröffnen! Feuer auf die Truppen konzentrieren! Angriff! Angriff! Schaltet die Russen aus! Tötet die Kommunisten! Löscht die Sowjets aus! Erledigt die Russen! Tötet die Tommys! Auf die britischen Truppen feuern! Greift die englischen Soldaten an! Tötet die Amis! Tötet die amerikanischen Soldaten! Schlagt die amerikanische Truppe nieder! Das Feuer auf die Amerikaner richten! Auf die Fenster stießen! Sperrfeuer auf die Fenster! Wir müssen auf die Fenster feuern! Auf die Fenster feuern! Wir müssen uns um die Fenster kümmern! Nehmen sie die Flak als Deckung! Hinter die Flak! In Deckung hinter der Flak gehen! Deckung hinter der Flak! Nehmen sie das Panzerabwehrgeschütz als Deckung! In Deckung hinter dem Panzerabwehrgeschütz gehen! Sofort hinter das Panzerabwehrgeschütz! In Deckung bei dem Geschütz! Such Deckung hinter dem Geschütz! In Deckung bei dem Stall gehen! Rüber zu dem Stall und in Deckung! Rüber zu dem Stall! Such Deckung beim Stall! In Deckung hinter diesen Fässern gehen! In die Fabrik! Los! Darüber zu den Fässern! In Deckung bei den Fässern da drüben! Los! In Deckung hinter dem Güterwagen! Such Deckung bei dem Güterwagen! Schnell hinter dem Güterwagen! Feuerstellung bei dem Güterwagen einrichten! Hinter dem britischen Truppentransporter! In Deckung hinter dem Truppentransporter der Tommys! Den britischen Truppentransporter als Deckung benutzen! In Deckung hinter den britischen Truppentransporter gehen. In Deckung bei der Brücke. Bei der Brücke ist Schutz. Zu der Brücke und in Deckung. Feuerposition bei der kaputten Mauer beziehen. In Deckung bei der kaputten Mauer. Nehmen Sie die kaputte Mauer als Deckung. Hinter die Mauer. Such Deckung bei der kaputten Mauer. In Deckung bei dem Bunker. Rüber zu dem Bunker. Jetzt rüber zu dem Bunker. Deckung drüben bei dem Bunker. Bei dem Unterstand in Deckung gehen. In Deckung hinter dem Unterstand. Nehmen Sie den Bunker als Deckung. Nehmen Sie den Unterstand als Deckung. Hinter den Wagen. Zu dem Wagen als Deckung. In Deckung bei dem Wagen Zu dem Wagen dort drüben In Deckung bei dem Wagen Rüber zu dem Wagen und in Deckung In Deckung in der Kirche Rüber zu der Kirche und in Deckung Deckung in der Kirche, los Feuerstellung in der Kirche errichten Bei dem Flugzeug ist Schutz Deckung bei dem abgestürzten Flugzeug, los In Deckung bei dem Flugzeug, frag Hinter das Flugzeug, dort drüben Geh in Deckung bei dem abgestürzten Flugzeug In Deckung bei den Kisten Schutz bei den Versorgungskisten suchen Rüber zu dem Kistenstapel In Deckung bei den Kisten, los In Deckung im Graben In den Graben! In den Graben und in Deckung! Such Deckung im Graben! Nimm den Graben als Deckung! In Deckung bei der Böschung! Bei der Böschung ist Schutz! Es gibt Deckung bei der Böschung! Los! Zur Böschung und runter mit der Birne! In Deckung in der Fabrik gehen! Such Deckung in der Fabrik! Such Schutz in der Fabrik! In die Fabrik! Los! In Deckung bei dem Tieflader! Nehmen Sie den Tieflader als Deckung! Hinter den Tieflader! In Deckung bei dem Springbrunnen! Unten bleiben und Deckung bei dem Springbrunnen suchen! Nehmen Sie den Springbrunnen als Deckung! In Deckung, in Deckung, in Deckung, in Deckung, geh in Deckung, in Deckung, geh in Deckung, in Deckung, geh in Deckung, in Deckung in dem Kanal, in den Kanal, such Deckung in dem Kanal, rüber zu dem Halbkettenfahrzeug und in Deckung, in Deckung bei dem Halbkettenfahrzeug, dort drüben, Deckung bei dem Halbkettenfahrzeug, Schutz bei dem Halbkettenfahrzeug suchen, such Deckung bei dem Halbkettenfahrzeug, Deckung bei dem Heuwagen, los, in Deckung bei dem Wagen, in Deckung gehen bei dem verdammten Wagen, bei dem Heuwagen hast du Schutz, in Deckung in dem Haus, bei dem Haus ist Schutz, zu dem Haus. Feuerposition in dem Haus einrichten. Nehmen Sie den Kübelwagen als Deckung. In Deckung bei dem Kübelwagen. Hinter den Kübelwagen. Entdeckung bei dem Kübelwagen. In Position bei dem großen Rohr. In Deckung bei dem großen Rohr. Hinter das Rohr. In Deckung bei dem großen Rohr. Deckung bei diesen Felsen. In Deckung hinter diesen Felsen gehen. Nehmen Sie die großen Felsen als Deckung. In Deckung gehen bei diesen Felsen. In Deckung im Schutt gehen. Nehmen Sie den Schutt als Deckung. Rüber zu dem Schutt und in Deckung. Hinter den Schutt und unten bleiben. Nehmen Sie die Sandsäcke als Deckung. In Deckung hinter den Sandsäcken. Hinter die Sandsäcke. Hinter den Sandsäcken in Schutz. Schnell. In Deckung und nach Silo gehen. Gehen in Deckung bei dem Silo da. Rüber zu dem Silo und in Deckung. Nehmen Sie den Silo als Deckung. Unten bleiben und rüber zu der Statur. Bei der Statur ist Schutz. Nehmen Sie die Statur als Deckung. Such Deckung bei dem Denkmal. In Deckung bei dem Denkmal gehen. In Deckung bei der Straßenbahn. Hinter die Straßenbahn. Deckung bei der Straßenbahn. Bei der Straßenbahn in Schutz. In Deckung bei dem Industrialürstaat. Los jetzt. Zu dem Panzer dort drüben. Zu dem Panzer als Deckung! Zu dem Panzer! In Deckung bei dem Panzer! Mann! In Deckung hinter den Reifen! Schutz bei den Reifen suchen! Nehmen Sie die Reifen als Deckung! Such Deckung bei den Reifen da! In Deckung bei dem Traktor! Deckung bei dem Traktor! Los! Hinter den Traktor! In Deckung bei dem Zug! Nehmen Sie den Zug als Deckung! Hinter den Zug! In Deckung bei dem Baum! Die Bäume als Deckung! Nicht rumstehen! In Deckung hinter den Baum! Los! Und in Deckung hinter den Bäumen! In Deckung bei dem Baum! Los jetzt! Die Bäume als Deckung! In Deckung im Graben gehen! In den Graben! Deckung im Graben suchen! Zu dem Graben! In Deckung bei dem LKW! Hinter dem LKW! Such Deckung hinter dem LKW! Zu dem LKW jetzt! In Deckung bei der flachen Mauer! In Deckung bei der flachen Mauer gehen! Deckung bei der flachen Mauer suchen! Hinter die flache Mauer! Zu der flachen Mauer! In Deckung bei dem Brunnen! Nehmen Sie den Brunnen als Deckung! Such Deckung bei dem Brunnen! In Deckung bei dem Holzstapel! Nehmen Sie den Holzstapel als Deckung! Und rüber zu dem Holzstapel! Zurückfallen! Zurückfallen und in Deckung! Zurückfallen und in Deckung! Rückzug zu sekundären Positionen! Rückzug zu sekundären Positionen! Rückzug! Zurückziehen! Zurück! Geht in Deckung! Zu den sekundären Positionen zurückziehen! Finde einen Weg, sie zu flankieren! Los! Raus da und flankieren! Flankenmission! Los! Flankiermission! Los! Drumherum und von der Seite treffen! Wir müssen sie flankieren! Los! Wir müssen sie flankieren! Los! Raus da! Wir müssen sie flankieren! Um sie rum! Greif von der anderen Seite an! Um ihre linke Flanke herum! Auf ihre linke Flanke! Los! Nehmen die linke Flanke! Fahren die einen Weg, um ihre linke Flanke! Finde einen Weg, ihre linke Flanke zu umgehen! Schnell und unbemerkt auf die linke Flanke! Um die linke Flanke herum! Auf die Flanke des Feindes! Los! Die linke Flanke einnehmen! Wir müssen uns um die linke Flanke arbeiten! Irgendwie müssen wir die linke Flanke umzingeln! Schnell und unaufwendig auf der linken Flanke! Auf die rechte Flanke! Auf die rechte Flanke zielen! Auf der rechten Flanke angreifen! Schaltet sie schnell auf der rechten Flanke aus! Drumherum und von der rechten Flanke treffen! Die rechte Flanke einnehmen! Greif die rechte Flanke an! Rechtsrum! Wir nehmen sie von der Seite ein! Schnell auf die rechte Flanke! Schaltet sie aus! Um sie herum! Greif von der rechten Flanke an! Mir folgen! Na, bei mir bleiben! Na, bei mir bleiben! Mit mir kommen! Mitkommen! Bei mir bleiben! Bei mir bleiben! Mir nach! Weiter vorwärts! Auf die feindlichen Positionen vorrücken! Vorwärts! Nach vorn! Weiter vorstoßen! Vorwärts! Los! 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 Los jetzt! Bewegung! Na los! Los jetzt! Los geht's! Okay, Bewegung! Keine Zeit verschwenden! Es wird Zeit! Los jetzt! Rauchwolke! Feuer öffnen! Durch die Rauchwolke feuern! Feuert durch den Rauch! Versucht sie durch den Rauch zu treffen! Feuert etwas mehr an den Rand der Rauchwolke! Knallt sie ab, wenn sie aus der Rauchwolke kommen! Sowjets hinter der Rauchwolke! Sperrfeuer! Versucht die russischen Bastarde durch den Rauch zu treffen! Immer auf den Rand der Rauchwolke zielen! Knallt die Kommunisten ab, wenn sie den Rauch verlassen! Schießt durch die britische Rauchwolke! Versucht die Tommys durch den Rauch zu treffen! Die Engländer verstecken sich im Rauch! Feuert ein paar Schüsse, um sie abzuhalten! Die Amerikaner setzen eine Rauchwolke ein! Feuer eröffnen! Er schießt die Amis durch den Rauch! Feuert durch den Rauch auf die Amis, auch wenn ihr sie nicht sehen könnt! Hauptmann! Obergefreiter! Leutnant! Gefreiter! Soldat! Feldwebel! Einer hat gewischt! Mann am Boden! Sanitäter! Er braucht Hilfe! Er wurde getroffen! Wo zum Teufel kommt die denn her? Wie zum Teufel sind sie dahin gekommen? Hinterhalt! Kein Problem, ich gebe Deckung! Okay, ich hab's im Griff! Alles klar, Kumpel! Ich geb Rückendeckung! Ich geb Deckung! Ich bin soweit! Ich geb Deckung, mein Freund! Ja! Gehen Sie vor! Okay, ich komme mit! Ich bin direkt dahinter! Nein! Nein! Geht nicht! Negativ! Aber klar doch, Kollege! Natürlich, Kumpel! In Ordnung! Kein Problem! Jawohl! Ja! Sofort! Jawohl! Ich hab ihn zerstört! Ich hab ihn erledigt! Treffer! Das war's dann wohl! Ich hab ihn! Erwischt! Der ist hin! Der ist tot! Erledigt! Was ist los? Hast du die Hosen voll? Früher oder später musst du doch dran glauben! Stirb! Das macht es uns beiden leichter! Gib auf! Wir wissen doch bald, dass du keine Chance hast! Weichei! Eure ganze Armee ist verweichlicht! Wir werden euch überrollen! Ihr kämpft ja wie die Weiber! Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir euch ins Meer zurücktreiben! Hoffentlich könnt ihr alle schwimmen! Wenn wir eure wertlose Stadt erobert haben, piss ich auf das Grab deiner Mutter! Hey, Russenbauer! Komm her, ich brauch ne Zielscheibe! Deine Schwester kannst du gleich mitbringen! Ich glaub, sämtliche Russen wurde der Mumm aus den Knochen genommen! Gefällt es euch, wie wir die Stadt dekoriert haben? Ja? Wollt ihr noch mehr davon? Die Kommunisten leben wie die Ameisen! Wie erbärmlich! Keine Angst! Wir kümmern uns um eure Frauen und Kinder! Geht zur Hölle, ihr russischen Bastarde! Hey, Ivan! Küsst mir den dreckigen deutschen Hintern! Du tust mir leid, Ivan! Ob wir gewinnen oder verlieren, wir können danach nach Hause! Hey, Boris! Wenn du mit dem Kämpfen fertig bist, schicken wir dich nach Sibirien! Churchill schickt seine schlechtesten Leute gegen uns! Eine Beleidigung! Die Briten geben ihren Truppen nicht mal vernünftige Helme! Die Dinger sehen aus wie Suppenschüsseln! Wenn dieser Krieg vorbei ist, brauchst du eine größere Insel, um alle Toten zu begraben, Tommy! Ist jetzt nicht gerade Zeit für euren Tee? Die Engländer sind doch alle nur Ballerinas! Hey, Tommy! Ist das eine Maschinenpistole oder ein Dosenöffner? Hey, Tommy! Hast du schon gehört, dass deine Königin jetzt in einem Berliner Puff ist? Hey, Tommy! Bald bin ich in London und du verrottest hier auf dem Feld! Das ist für Piccadilly! Ihr Amerikaner seid alle verweichlicht! Ihr habt nicht den Hauch einer Chance gegen uns! Wenn du unter der Herde liegst, piss ich auf deinen Grab, Ami! Ihr Amis seid die perfekten Zielscheinen für unsere MG schützen! Das ist aber auch alles! Lauf weg, dann lassen wir dich vielleicht am Leben, Ami! Geh nach Hause, Yankee! Stirb, du Yankee-Bastard! Wenn wir hier fertig sind, machen wir in New York weiter! Ihr Yankees seid schwach und euer Präsident ist ein Krüppel! Ihr Amerikaner kämpfen wie Franzosen! Hey, Yankee! Bald liegt deine Frau in meinem Bett und deine Kinder sprechen alle Deutsch! Maschinengewehr! Kaliber 30! Kaliber 30! Maschinengewehr! Vorsicht! Amerikanisches Maschinengewehr! Britisches Maschinengewehr! Brenn, Schütze! Achtung, Brenn! Maschinengewehr! Sowjetisches DB geschützt! Sowjetisches DB Maschinengewehr! Feindliches Maschinengewehr! Sowjetisches Maschinengewehr! Russische Maschinengewehrstellung! Feindliche Truppen verlassen die Deckung! Sowjetische Truppen auf den Präsentierteller! Kommunistische Truppen da draußen! Tommys auf dem Präsentierteller! Sie sind da! Englische Truppen! Englische Truppen verlassen die Deckung! Britische Truppen in ungedeckten Positionen! Amis auf der Lichtung! Amerikanische Truppen auf der Lichtung! Feindliche Infanterie! Kommunisten! Sowjetische Truppen! Tommys! Britische Truppen! Es sind die Briten! Britische Infanterie! Die Engländer! Englische Truppen! Amis! Amerikanische Truppen! Amerikanische Infanterie! Es sind Amerikaner! Amerikaner! Wo kommen nur all die Truppen her? Da draußen wimmeln es nur Fossilen! Die müssen die halbe russische Armee geschickt haben! Die verdammten Russen wollen uns wie Insekten überrennen! Die Kommunisten glauben, sie könnten uns schon wieder überrennen! Die Russen wollen wieder Leben wegwerfen! Wir wollen sie nicht enttäuschen! Die müssen die halbe britische Armee geschickt haben! So viele Truppen! Haben die eine Brücke über den Ärmelkanal gebaut oder was? Die Tommys rücken ihren Massen an! Diese Massen hätten unsere Flugzeuge doch vor Ewigkeiten entdecken müssen! Das muss die halbe amerikanische Armee sein! Amerikanische Truppen greifen den Massen an! Panzerfaust! Die haben eine Panzerfaust! Panzerfaust! Scharfschütze! Köpfe runter! Scharfschütze! Runter! Ein sowjetischer Scharfschütze! Russischer Scharfschütze! Runter! Britischer Scharfschütze! Englischer Scharfschütze! Amerikanischer Scharfschütze! Die Amerikaner haben einen Scharfschütze! Brenntransporter! Universeller Transporter! Gepanzerter britischer Truppentransporter! Ein britischer Schützenpanzer! Achtung! Feindlicher Panzer! Feindlicher Panzer! Achtung! Britischer Panzer! Vorsicht! Amerikanischer Panzer! Truppen-Lkw! Dieser Lkw befördert feindliche Truppen! Truppentransporter! Feindlicher Truppentransporter!